Jetzt kommen wir in die Kosmetikabteilung. Ein weiterer sehr interessanter Punkt, weil wir auch eigene Produkte haben oder unterschiedliche Produkte. Was unterscheidet eigentlich jetzt hier diese ganzen Dr. Brands von Produkten, die ich auch in der gehobenen Parfümerie bekommen kann? Zum einen ist wichtig für mich als Dermatologin, dass die Produkte natürlich hautverträglich sind, aufs Maximum hautverträglich und vielfach ohne Duftstoffe. Der Unterschied von Kosmetik in der Parfümerie und Ärztekosmetik oder Dermatologischer Kosmetik ist, dass wir die Möglichkeit haben wirkstoffreichere Substanzen anzubieten. Also die wirklich dann auch wirksamer sind gegen Falten, gegen oxidativen Stress? Zum Beispiel, genau. Und der nächste Punkt, wir haben natürlich auch noch Serien mit Duftstoffen, weil für mich als Frau ist es auch wichtig, ich möchte nicht nur wirkstoffreichere Substanzen, sondern ein bisschen Verwöhnung muss ja auch mit von der Partie sein.